Hallo Freunde, grüßt euch. Ja, es ist mal wieder soweit in Eisenbach, Antikuhrenbörse. Diese Woche vom 14. bis zum 16. April in der Eisenbach-Wolfwinkelhalle ist wieder Antikuhrenbörse. Ich hoffe, wir sehen uns, dass ihr auch so eine schöne Wand zaubern könnt, wie ich da habe mit den schönen antiken Stücken. Die Händler freuen uns auf einen zahlreichen Besuch, wenn ihr kommt. Eine Geldanlage ist immer was Gutes, eine alte Schwarzwalduhren der Wand zu haben. Ich freue mich. Bis nächste Woche oder bis nächstes Wochenende.